Der ältere Bruder von Prinz Joachim, Prinz Frederik, wird am 14. Januar 2024 König von Dänemark. Nicht alle Mitglieder des dänischen Königshauses werden in Dänemark sein, wenn Kronprinz Frederik den Thron besteigt. Laut Bildbladet hat der Kommunikationschef des Königshauses verraten, dass die Schwägerin des zukünftigen Königs, Prinzessin Marie, mit ihren Kindern, Graf Henrik und Gräfin Athena, in Washington sein wird, aber Frederiks jüngerer Bruder, Prinz Joachim, wird an dem historischen Tag teilnehmen. Laut der Zeitung Bildbladet ist die Erklärung dafür, dass der Thronwechsel eine offizielle Zeremonie ist, bei der Prinz Joachim eine staatsrechtliche Rolle spielt und als solcher an der Zeremonie zur Proklamation des neuen Königs teilnimmt. Wäre es eine Familienfeier, würden Prinzessin Marie und mehrere andere Mitglieder der königlichen Familie daran teilnehmen. Joachim und Marie zogen letztes Jahr nach Washington, D.C., wo der dänische Prinz als Verteidigungsattaché in der dänischen Botschaft arbeitet. Der zweite Sohn von Königin Margrethe teilt sich mit Marie den Grafen Henrik und die Gräfin Athena, während seine ältesten Söhne Graf Felix und Graf Nikolas sich mit seiner ersten Frau Alexandra, Gräfin von Frederiksborg, teilen. Vor über einem Jahr waren die Prinzen- und Prinzessinnen-Titel für Joachins Kinder abgeschafft worden. Königin Margrethe hat beschlossen, die Titel im Jahr 2022 zu ändern. In einem Interview mit Wiekender Wiesen sagte ihre Majestät letztes Jahr, laut Bildbladet und ins Englische übersetzt, es war mir wichtig, dass es nicht Frederik war, der diese Entscheidung getroffen hat, und fügte hinzu, es ist besser, dass ich es war. Die dänische Monarchin wird am Sonntag nach 52 Jahren auf dem Thron als Königin abtreten. Die Mutter von Joachim und Frederik kündigte ihre Pläne zur Abdankung während ihrer Neujahrsansprache im Jahr 2023 an. Ich habe beschlossen, dass jetzt die richtige Zeit ist, sagte Königin Margrethe in ihrer Rede. Am 14. Januar 2024, 52 Jahre nachdem ich die Nachfolge meines geliebten Vaters angetreten habe, werde ich als Königin von Dänemark abtreten. Ich werde den Thron an meinen Sohn Kronprinz Frederik weitergeben.